Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute ist eine absolute Höllenrunde, die ich euch zeigen möchte. Ich habe mit Randoms in Rebirth gespielt, also einfach Solo und irgendwelche Leute füllen auf. Und ich zocke dann einfach im Stream live auf Twitch, da könnt ihr gerne vorbeikommen, würde mich freuen. Heute Abend auch wieder stundenlang. Und es sind halt absolute Dämonen-Lobbys, das ist echt nicht mehr witzig eigentlich. Aber da waren richtig coole Deutsche dabei, das heißt wir haben eine deutsche Party gehabt. Und die waren richtig witzig, die waren richtig gut drauf. Das zeigt, dass die Community nicht immer nur scheiße ist, obwohl es ja viele wirklich toxische Leute hier leider gibt. Leute, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Am Ende von dem Video sind auch die beiden Klassen von meinem Loadout, falls ihr euch da irgendwie interessiert. STG und Owen war das. Könnt ihr euch da gerne screenshotten oder sonst was. Wenn ihr keinen Bock auf das Video habt, könnt ihr einfach ganz am Ende durchscroiten, könnt euch das auch anschauen. Dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Lasst ein Kommi da, Leute, wenn ihr irgendeine Klasse sehen wollt, die ich für euch mal spielen soll. Ekwa, den ich ja bis vor ein paar Wochen gar nicht kannte, macht das ja wirklich absolut unterhaltsam. Den kann ich euch auch nur empfehlen. Absolut kranker Spieler. Und ich weiß ja, ob einer von euch zu ihm Kontakt hat, aber wenn er irgendwann mal Bock hat, eine Kamera anzumachen und zu streamen oder so, ey, soll Bescheid sagen. Ich helfe ihm dabei auch. Also habt ganz viel Spaß damit. Richtig geil. Ich möchte aber gerne noch etwas kurz zeigen, Leute. Auch in Neva aktuell sind Indie-Game-Wochen. Das heißt, Games, die meistens ziemlich geil überraschen für wirklich Low-Bidgets. Da ist es völlig egal. Deadside zum Beispiel ist ganz cool, habe ich gehört. Habe ich jetzt selbst noch nicht angespielt. Disco Elysium, Escape Simulator. Es gibt super viele Games, die echt nur ein paar Euro kosten, die wirklich viel Spaß machen. Kann ich euch echt nur wärmstens ans Herz legen. Code Shappy, 3% lohnt sich für euch auch. Kann man... War so klar, ne? 90% Leute die TTV haben, wissen nicht mal, wo Twitch ist. DIGA! 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 Einer ist K.O. Einer ist hinter mir. Einer ist oben, FAPPY! Er ist one hit, DIGA! Das wird scheiße! Unter mir? FAPPY! Ich hab ihn, ich hab ihn! Bei mir ist kein Spaß! Ich hab ihn so ein bisschen nach oben. Ja, ich geh, ich geh, ich geh. DIGA, was ist hier los, Mann? Casual Game, haben sie gesagt. Unten. Unten, was ist unten, DIGA? Die langen über. Ja, DIGA. Oh, 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 unten, sagt er. Gebrochenes Todes, DIGA. DIGA, wo ist der? Nein, die haben mich gemassert. Ich kann nicht. Ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm. Rechts. Ganz schön. Ich hätte mir gar kein Geld. DIGA! Hier ist Geld. Oh, der ist Camping. Oh, wow! Okay, Junge, halt. Die fressen, Alter. Hier ist doch einer! Was ist denn das hier? Bin ich denn geistig behindert? Oh, kannst du die droppen? Ja. Hier. Jörg, ich brauche unbedingt Hilfe. Hier sind noch drei Leute bei mir. Ja, 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 ja. Oh, DIGA! DIGA, guck mir an, Juli! Du tust dir halt nicht aus, ne? Hier, Geld nicht ab. DIGA, mit euch in der Lobby ist ja nur Hölle. Vor uns! Vor uns! Nee! Die sind reine Feierabendspieler. Nee, ja. Ja, rechts ist absolut. Aber es sind zwei. Hinter euch! Hinter euch! Da! Live-Marker! Da landen noch mehr! Da! Da landen noch mehr! Ich hab's nicht. Hier oben. Punkt weiter. Landet noch ab! Einige, ich hab's nur in die Küste! rechts von euch hat hits bekommen hat der platten und dahinter oben auf dem haus ist k.o. was passiert jetzt? da kommt noch einer hier kommen noch richtig viele rechts von uns digger er schießt durch zelt der ruhe und so kommt er kommt er du wichs hast den wolfskin den will ich seit zwei jahren hier hinter ich hab halt keine muni jungs das ist ein bisschen suboptimal ja was passiert hier? texaner bauch, grüß mal besser ja leute ich will da jetzt eigentlich gar nicht da gehen bleib am neben, bleib am neben, bleib am neben, scheiß drauf ja ja bleib am neben, chat wir sind wieder bei 40 kills es ist die schlimmste lobby aller zeiten wenn bobby kotick zuguckt oh nein, oh mein, oh mein god was für den chat und der chat haa ha 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 Ich hab's doch nicht überlegt. Ich hab gerade schon geguckt, du bist gar nicht am streamen. Twitch, mein Bester. Ja, der ist auch auf Facebook. Ja, Facebook. Wer ist auf Facebook? Keiner streamt auf Facebook. Bange. Dick. Es ist diese Hurensöhne, Alter. Facebook ist für Leute, die über 40 sind. Ja, es kommt hin, CJ. Es geht, CJ. Ich hab richtig was an. Wir müssen irgendwie wegholen. Ich weiß gar nicht was an. Und von mir. Rechts beim Lodi sind drei oder vier Leute. Passt auf. Ich fahre nochmal meine Waffe. Schick. Abfahrt. Schick. Ganz stark. Ah, im Weißgrüßenloben habe ich die drei bekommen. Hier we go. Er ist scheiße hier rein. Was für ein Lobbys, ey. Eine richtige Penis-OTS, Digga. Da rennen noch mehr Leute über die Leiche. Runden. Das geht nicht hin. Das geht nicht hin. Die Jungs-Packen. Ich habe den Kopf gesehen. Die Jungs-Packen. Schick. Die Jungs-Packen. Richtig. 1 gegen 2 1 gegen 2 1 gegen 1 Stim kaufen, du kaufst sonst einen? Mach safe, kann 2 kaufen 1 gegen 1 1 gegen 1 1 gegen 1 2 gegen 1 GG also leute wie versprochen hier doch die klasse mit kurzer erklärung für euch das mache ich in solchen gameplay videos dann immer denn wisst ihr genau wie ich sie gespielt habe können sie nachbauen oder ähnlich machen mx schalldämpfer den vdd 760 millimeter lauf handstopper ich bin der meinung das 8 mm 60 schuss trommelmagazin ist geiler weil ihr mehr damage pro magazin habt ihr könnt allerdings auch das gorenko 50 schuss magazin nehmen und stattdessen dann hier beim schafft wo ich den vdd schafft habe schafft entfernen nehmen weil ihr weniger rückstoß habt das eure entscheidung das zielfernrohr 36 polymer grip vital vollgeladen relativ standard verlängert weil es ist eine long range waffe als zweites ist ein overkill klasse meiner meinung nach auch wenn viele sagen meter mit own ist ohne lauf wirklich komplett ohne lauf dieser scheiß gotzilla und hier das 60 schuss trommelmagazin die schussrate ist mir zu niedrig wenn ihr ein schuss verfehlt geht sie exorbitant hoch meiner meinung nach lohnt sich das nicht deswegen 7,62 gorenko und immer noch der hawkenson schnell lauf meiner meinung nach die beste klasse die ihr habt und bei schafft einfach schafft entfernt mehr zv geschwindigkeit bessere bewegungstempo geschwindigkeit beim zielen rückstoß ist mit dem neider modell 47 absolut handelbar